Der Soundtrack ist doch einfach nur geil. Also wie gesagt, meiner Meinung nach, wenn Rockstar abliefert, dann liefern sie ab. Wir haben einen Hormstead, aber er war nicht der erste. Colm O'Driscoll und seine Schum, sie haben uns zu verleten. Wir haben einige da, aber es gibt noch mehr, aber es gibt noch mehr, wahrscheinlich, scouting den Tren. Danke. Das ist die letzte Sache, die wir jetzt brauchen, Judge. Es ist das, aber wir haben ein paar Suppen, ein paar Blankets, ein bisschen Essen, Und diese Böse, Frau Adler, Frau Tillie, Frau Karen, würd du sie warmt? Gib sie ein Drink oder etwas? Und Frau Adler, es wird okay sein. Du bist jetzt sicher. Sie hat sie in eine Wirt. Die Tiere. Ich brauche noch ein Rest. Ich habe noch drei Tage geblieben. Du bist hier. Frau O'Shea wird dir zeigen. Herr Morgan, wir haben dich in eine Wohnung hier. Danke, Frau Grimshaw. Herr Bell, du bist mit den Kollegen da oben. Wie, warum kann Arthur einen Raum bekommen, wenn ich einen Bunkbett neben dem Bill Williamson und ein paar Darkies bekomme? Geh dich zum Bett. Also, Malka mag ich absolut nicht. Ich weiß auch nicht warum. Man gefühlt hasst ihn nicht jeder. Ich verstehe aber auch nicht warum. Aber ich weiß nicht, wie er sieht. Ich weiß nicht, wie es er sieht. Es ist gut und er ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Abigail. Arthur. Wie geht's? Wie geht's? Alles gut, Abigail. Und du? Ich brauche dich. Ich bin sorry, ich bin sorry, aber... Es ist ein kleiner John. Er hat sich in eine Schrappe wieder getrunken. Er hat sich nicht gesehen in zwei... zwei Tage. Ihr John wird gut. Ich meine... Er ist so dumm wie Rock und so dumm wie Rusted Iron. Aber das ist nicht verändern, weil er in eine Schrappe getrunken wurde. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Javier? Ja. Javier, würdest du mit Arthur fahren, um zu schauen zu John? Du bist die zwei Best-Fit-Men, die wir haben. Jetzt? Sie sind... Wir haben alle... Wir sind ziemlich Angst, über ihn. Ich weiß... Die Situation wurde verabschiedet. Er schaut mich. Danke. Auf geht's. Das letzte Mal weiß ich... John wurde nach der Heine hergelegt. Bitte aufhört. Wenn alle we wissen... Er hat sich immer nach links gegangen und nie nachgebracht. Du kannst nicht verlassen. Nicht so. Das gibt's nicht. Das könnte nicht sein. Das war nicht die ersten Mal. Hey, ich sehe ein Schmuck. Komm schon, wir schauen uns. Wir hoffen, dass es nicht mehr von von Driscoll ist, Leute. Well, es scheint, dass jemand weg ist. Ich habe es geschafft. And... That way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. A few hours ago, almost. Let's cross. See, they continue up that way. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but... Could be anyone. Let's just see where they lead. So... You were there, Javier. What really happened on that boat? We got the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Pinkertons. Verdammter Pinkertons. Dutch killed a girl in a... bad way. But it was a bad situation. I ain't like him, though. Good boy. Boy. Good boy. Good boy. How is this now? Mac and John. Both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, alright. Damn snow's coming in hot again. We will lose these tracks if we don't move fast. We will lose these tracks if we don't move fast. Yeah, okay boy. Careful, it's getting narrow here. Yeah, nice. I meant to you, right? I don't know. Come on boy. The horses are getting tired. Yeah. A lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. We can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. We're almost there, boy. Come on. Hey, look. Over there. You see that? A Kadava. John was riding that horse when we left Blackboard. Let's see if you can hear us. Let's see if you can hear us. Come on. Up there. Come on. It's okay. It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further than the horses. We have to walk from here. I grab that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead. Come on. You want your pistol? Hey. Let's just get going. Is yeah good. Javier. 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 It's coming from this way. Okay. It's slippery. Wait for the eye. At that way. nous are high up here. You're telling me. Tell me. Ja, further up. Definitiv. Javier. Wenn you're paying attention. Okay. Ich bin immer vorsichtig. Oh, okay, good now. Watch your staff, this is real slippery. Stay close to the wall. Up here, come on. dann irgendwas soll ich futtern weil die ausdauer lasse lesen die später machen dann kommt Martha ein Stück noch let's keep moving then come on John Morse, did you hear me? Johnny We're coming! Hey! Marston. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing! Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sign? I can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. Sure you did. You alright? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Welch diese Kamerafahrten, ne? Oh, shit. Look up there. Oh, shit. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Okay, let's go, John. We'll leave them tarter. I'll do it. Hey! 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 Let's go! No. Nee, Aua! Aua! Alter! Nummer zwei! Boah! You're okay, boah! Los! Wir hauen mit der Schotendwinde gegen! Ist klar! Ich frage mich, kann ich einen Viech mitnehmen eigentlich? Fürs Lager? Nee, schade! Ja... Ja, nicht gut. Ich hoffe, er hat seine Täterlosimpfung. Oh, shit! Oh, fuck! Oh! Wir haben jetzt ein paar Schotter. Danke, dass du mir gekommen bist! Natürlich! Das Blut in Blackwater, jetzt das! Du hast eine riesige Zeit! Und Arthur sagt immer, ich bin glücklich! Niemand von uns ist glücklich gerade jetzt. Ja, im Moment hat hier keiner Glück. Gerade in diesen Gefilden hier. Ich bin sicher in das Wasser ein bisschen. Ich versuche, mich zu verlieren. Ich will nicht den Weg zurück zum Kampen verlassen. Du wißt du? Wir brauchen eine bessere Geschichte für diesen Schotter. Also... Schrauben? 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 Das ist nicht gut genug für dich. Hier! Wir gehen nach links. Ja! Komm! Wir gehen hart und zurück. Wir sehen uns die Gebäude vor, John? Das ist wo wir kamen. Nearly da. Du bist okay, Mann. Ach Mist. Ich sehe gerade, dass wenn ich Steuung drücke, dass dieser Kreis zu sehen ist. Da muss ich mich dann ganz ganz kurz drum kümmern. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu sehr abgelenkt. Ich habe das rein gemacht, weil ich die Maus beim Zeichnen gerne mal verloren habe. Gerade weil das halt nur so ein Punkt ist auf dem Bildschirm. So, das ist dann jetzt aber weg. Okay. Tut mir leid. Ja, komm schon. Wir brauchen ein paar Hilfe. Wir brauchen ein paar Hilfe hier. Komm schon, helfe ihn. Du bist leid. Du bist leid. Hier geht's. Hier geht's. Ah, du bist leid. Du bist leid. Komm schon, wir werden dich warm. Danke, danke, Leute. Das ist ein neues Lohn. Wir haben sogar die Schrauben. Danke, Arthur. Danke. Das ist ein neues Lohn. Wir brauchen eine Schrauben. Nicht heute. Wir brauchen eine Schrauben. Wir brauchen eine Schrauben. Dann haben wir auch endlich mal selber ein bisschen Kontrolle über Arthur. Arthur, Arthur, Arthur und werden nicht durch die Gegend gejagt für einen Moment, bis wir natürlich wieder Missionen auswählen. Das kann uns ja erstmal eigentlich egal sein. Kurz zumindest. Oh, okay. Kann man ja hier wieder mal ein bisschen für sich selber looten. Okay, angebrochene Arznei haben wir full. Ich habe einen Back gefunden. Okay, hier ist nichts gerade. Was für dich, Arthur? Du wirst mich auch nicht? Never. Good. Denn du kennst mich, son. Ich bin einfach zu Beginn. Als wir ein bisschen Geld bekommen, wenn du das Geld hast, wenn du das Geld hast, dann besser sie einen guten Mann nach uns weil sie niemals immer wiederholen können. Aber wir brauchen Geld. Natürlich, Dutch. Danke, son. Für deine Kraft. Das bedeutet viel zu mir. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018